Ich bin Balthasar, ich bin 24 Jahre alt. Ich identifiziere mich als nicht-binär, asexuell und auf dem aromantischen Spektrum. Wie haben deine FreundInnen reagiert? Ja, also das habe ich ja schon gesagt, dass ich eigentlich total das Glück hatte mit meinem ganzen Freundeskreis, dass ich eigentlich immer mit Leuten umgeben war, die total offen waren, von denen auch viele selber queer waren. Entweder wir wussten das schon alle so relativ früh oder es hat sich halt so in der Zeit dann irgendwie auch ergeben oder herausgestellt. Und von dem her war es eigentlich in fast keinem Bereich irgendwo ein Problem oder habe ich irgendwo negative Erfahrungen gehabt mit den Leuten, die ich auch wirklich eng in meinem Leben hatte. Also es gibt schon so die einen oder anderen, die gerade jetzt zum Beispiel in Bezug auf meine Namensänderung oder so auch nicht ganz so mitkommen oder nicht wirklich wissen, was das jetzt soll. Die sich auch schwer tun, eben mich als Balthasar zu bezeichnen. Aber so wirkliche komplette Ablehnung oder so ist mir eigentlich überhaupt nicht begegnet. Und da bin ich auch total dankbar drum. Wie war deine Schulzeit in Bezug auf deine Identität? Das war für mich, also immer wenn ich jetzt darüber nachdenke, eigentlich so total die zweischneidige Sache. Also einerseits bin ich total offen damit umgegangen, wer ich bin und wie ich mich identifiziere die ganze Zeit über. Also sei das jetzt eben bi gewesen oder lesbisch zu der Zeit, weil alles andere kam eben erst nach der Schulzeit. Da habe ich überhaupt nie ein Geheimnis draus gemacht und habe auch nie irgendwie versucht, mich da zu verstecken. Aber ich habe es auch eigentlich nie zum Thema gemacht in irgendwelchen Kontexten, wo es nicht relevant gewesen ist. Deswegen weiß ich bis heute nicht, wie viele Leute aus meiner Schule eigentlich wissen, dass ich nicht hetero und auch nicht cis bin. Weil es irgendwie einfach nie so wirklich ein Thema war, vielleicht gerade weil ich so offen damit umgegangen bin. Also weil ich nicht versucht habe, das irgendwo zu verheimlichen oder zu verstecken.